so und herzlich willkommen in der welt von minecraft beyond extreme mode mit dem dem crazy hallo der ist beim marathon dabei 5 folgen am stück aufnehmen dann habe ich noch noch acht folgen am stück aufzunehmen danach auch noch das heißt ein stück heute muss ich 13 stück war also machen das ist ein bisschen anstrengend ganze verschiedene auflagen okay machen wir mal weiter so wir brauchen den skäbel das ist einfach braucht die ganze im glaskäbel oder die quartz fiber doch glas machen mein stück und macht mir bald bitte zertus quads das ist ein stück so noch kraft in cpu sei aber eben geil in der fels ach so ja interface natürlich geschaut hat das weg zertus quads so dass 64 stück 674 stück man ja noch mal wenn ich da genug hätte ja dann schon was ist was wird denn gekraftet frage mich gerade außer glas fust quads freundlich so ich brauche es ist wichtig ist wie ich gesagt habe zertus quads das ist ein stück und da machen wir jetzt ein paar quads feuer sollt schon durchgehen ist schön eine automatische maschine zusammen so flüssig fluigs finanze kabel fürs flüssig flüssig aber schweig schaupert kabel glas fust quads feuer habe immer das stück gemacht und habe das auch davon sollte dann auch genug haben So, wieder das, was den 2 Stacks geschafft hat, aber das ist egal. Rabat-Kabel brauche ich jetzt noch, voller habe ich genug. Mach ich mal 2 Stacks, guck. Ja, um, je mehr desto besser. Eigentlich, das war eigentlich nicht so cool, ich brauche nur 1.32, kann ich dir irgendwie wieder zurück tun. Dann brauche ich noch die normalen Kabel. Egal, hier haben wir noch ein bisschen Glas, haben wir wieder einen Stack und einen halben Stack Zertus-Schwarztast. Ich finde es wirklich blöd, dass man zum Beispiel, ich finde es blöd, dass man aus Smart-Kabeln kein, auch, aus Smart-Kabeln kein Dense-Kabel machen kann. Ja, finde ich doof, ist auch immer. Nur aus diesen Covered-Kabeln. Was ich auch doof finde, dass es das Channels gibt. Ich habe Kabel. Oh, Entschuldigung. Hallo. Jetzt seh dich nochmal. So, jetzt muss ich hier hinten hin. Ich muss hier nochmal hinten hin. Weil bis, weil hier sind ja 10 Anschlüsse und das kann, äh, Smart-Kabel kann nur 8. Ja, das war alles. Ja, genau. Wieso? Ich rede jetzt schon. Äh, so. Du? Ja, Redstone. Wer macht Redstone? Ach so. Ich muss die ganze Redstone hin. Gib dir recht. Ich habe mich gerade gewundert, warum jetzt ich denn bitte Redstone? Ja, bisschen zu wenige Gäme dir ins Kabel. Kannst du mir mal ein bisschen Dense-Kabel geben? Bis dorthin halt nur. Ja. Ja. Smart-Kabel werde ich nicht mehr jetzt machen. Oder... Ne, ich brauche ja nur den normalen eigentlich. Cable. Ich brauche nur den normalen Glas-Kabel mehr, brauche ich hier nicht. Äh, Cable-Anchor kannst du auch gebrauchen. Was? Cable-Anchor. Was ist denn das? Äh, das sind so, ähm, das sind so, wie, dass die Kabel einen Abstand von sich halten. Dass sie sich nicht verbinden. Ach so, ja, 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 die hier, ja. Hab noch nicht gewusst, wie die heißen, wie die heißen. So, ein Glas-Kabel, ich brauche jetzt noch Storage-Bass, deswegen. Äh, ja, ich wollte dir noch fragen, hast du mir, ähm, Slime reingetan? Ach so, Slime habe ich noch nicht. Ja, das brauche ich noch. Kann ich das nicht machen? Äh, im eStorage kann ich schon. Du musst einfach gucken, ob ich Slime haben, da. Fünf habe ich schon gemacht, ich brauche noch fünf Slime. Slime. Device missing channel. Why? Wie, hä? Du weißt auch, nein, ja, wir haben ja schon gefragt, wieso. Du weißt, missing channel, ey. Sollte gar nicht sein. So. Alter doch. Ne, ne. Alter doch. Da ist nicht, verbunden ist mit nichts. Alter doch. So. So. Dann kann ich hier schon mal einstellen, so. Die hier sind... ...Kabelstorn, das mache ich mal hier so zu. Ich fahre mit dir frische Slime-Balls. Du bekommst mir die erste Platten. Alter, das würde ich essen. Kann ich auch essen. Ne, ich weiß. Was? So. Hier mal hier mal. Purity 1 plus. Ich weiß nicht, ob das schmeckt. Ich weiß auch nicht. Ich richte da durch Shampoos. Das wäre so lustig. Ich richte mir da wirklich so. Widder, man kann... Es gibt ja Fire Resistance Widder. Das heißt jetzt... Ja, die Fire Resistance Arsenal ist so, glaube ich. Ja, da kommt das Kabelstorn rein. Nice. Da kommt jetzt ganz Kabelstorn von dem dort hinten. Kommt jetzt hier rein. Und hier sollte auch jetzt Marble, Basalt und so weiter reinkommen. Gold, Windes, durchgeschmutzendes Lead. Und ja. Ich brauche noch eine Enriching Factory. Habe ich das? Ne, ich habe eine... Crushing Factory. Enriching habe ich dann auch vielleicht. Smelting Factory habe ich nur. Enriching Factory. Ne, habe ich nicht. Dann mache ich mich da dann mal das zu machen. Enriching Chamber. Deal Casing kann ich machen. Zack, zack. Osmium. Osmium und... Mache ich nicht meistens 10 Stück durch. Osmium Monster Redstone. So, ganz schnell. Zack, zack, zack. Hier... Die ganzen Sachen sind schon fast voll. In Drives oder was? Ja. Heinz... Ja, okay, aber das sind 1K Storage Cells. Okay, die ganz oben ist ja nicht voll. Wieso wird das voll angezeigt? Eins, zwei, drei... Achso, die sind ja noch nicht voll. Das sind... Das ist weil... Wir aus Wachen wollen. Blood Moon, ja. Achso. Also ich habe mich schon gefragt, hey, weshalb werden die Roteige gezeigt? Die haben ja noch Sachen... Die können ja noch sagen, speichern. Obwohl sie nur einen speichern können. Ach, lol, tatsächlich. Ja, obwohl sie noch eine Sache speichern können. Warte, ich schau mal hier unten was nach. Warte. Mach mal einfach Slime in mein System rein. Hab ich geschmissen. Hab ich reingeschmissen, sag. So, das funktioniert. Schön. Zack, zack, zack. Danke. Pistons. Pistons. Jetzt habe ich zu viele gekratzt, aber... Drei noch fünf. Mit... Sticky Pistons. Zack, zack. Und jetzt... Und jetzt... Was denn? Nein, kacke. Ich hänge fest. Alle Glück gehabt. Ich hänge doch nicht fest. Ich hänge... Ich hänge fest. 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 Ja, das war ja gerade Panik. Panik. Panik Moment. Panik. Aua. Es wird weh. Relax, meine ich. Weil immer, wenn Wasser unterfließt, dann lagts. Das ist nervig. Echt? Ja. Mach's auch gleich. Flame anbrüche. Nee, auch so. Flame anbrüche, wenn Wasser unterfließt. Richtig vollkommen. Flame. Flame anbrüche. Flame anbrüche. Flame anbrüche. Ich krieg vollkommen Flame anbrüche. Mal. Der device online. Sollte eigentlich. Ja. So. Überall ist bloß eins gesetzt. Sollte automatisch, wenn irgendetwas eingemacht wird. Sollte automatisch das kommen. So. Jetzt machen wir ein bisschen mit der Automatisierung. Ganz einfach. Wir werden das ganze machen hier. Leg billig ist automatisch das. Automatisch. Select. Ne. Er legt nicht. Ich framme anbrüche. Nein. Ich framme anbrüche. Sondern es legt so. So. Basic Control Cycle. Da werde ich jetzt mal zwei verschiedene machen. Man. Wie heißen die nochmal? Die heißen... Metallurginfuse. mit der logik logik wo sind da ist doch zwölf das blöde sagt zu wenig ich habe 11.000 kubblestone ich habe kein kubblestone für den ofen auf einmal kostet ja in vierte bis infinity wolf kostet ein furnace kostet ja kompress kubblestone das war mit der 11.000 reichen mann sobald ich hier ein block aber fällt geräumt runter und dann kommt der ich glaube im interfaces doch zwei stück kann ich auto kraften lassen ist schön kann ich das auto kraften davon wo gefunden wie kann er das wie ich kann das nur so wo hat er das geliehen bei ebay.com ja ganz genau bei ebay.com was lernen da gehe ich lieber zur schule als zu ebay zu gehen er ist nicht vermageln iron ich habe doch ein iron und ein kohle das wird dann zu krasse kohle krasse krabbe das wird dann zu krasse krabbe ja glaube ich auch oder ist so oder nicht ja bestimmt also ich muss hier mal kurz alles einstein infuse input mann diese wasser geht mir ein bisschen auf den nerven so hier kann ich jetzt ein eisenerlein tun weil ich auch hier das enriching so enrichment enriched iron meine ich mit enrichment hey also enriched iron muss wieder mit kohle zusammengeführt werden also zack zack das sieht aber ein paar runtergefallen oder was habe ich oder das ach so da sind hä wieso sind das zu viele fledermäuse keine ahnung die mögen meine base ja hier schaut schick aus ich glaube ich weiß wer du bist du bist du bist batman batman wieder auf stahl da oben ist stahl da kann man schon mal herstellen das ist schön so automatisch stahl interface brauche noch ein paar interface zack interface für zwei sachen für drei sachen und das andere interface auch für drei sachen soll das gehen ok wenn ich jetzt sage stahl ich brauche jetzt in stahl sagen also wirst du auch jetzt zehn stahl quasi damit das hier durch nein es macht das nicht durch ich stehe da nicht so zeigt doch warum du hast du hast kein output ja ja weil wir inputten ja ein input aber kein output der muss ja dahinten outputten ja aber dass du trotzdem sachen bekommen dass du es dann bekommt ja warte das können wir gleich machen ich schau mal was hier naja ich will mal schauen was obwohl das jetzt ich blechst mal ab unten muss ja beides ankommen das geht ja gar nicht oder ja moment ich muss gerade zu hause dieses network tool wollen ja es geht nicht muss das irgendwie anders machen ja doch das geht aber es ist von unten nimmt input an aber es gibt noch einen anderen start das heißt extra so leute ich schaue mir das mal an und dann sehen wir uns beim nächsten mal wieder die schlade das spiel da was wir spieler die schau